Okay, also einen letzten Song zusammen. Und dann seid ihr aus der Hitze erlöst. Das ist so schön, dass ihr da seid. Okay, vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Witzingen. Tolles Publikum. Wirklich. Also, Paul McCartney hat bei der Beirdigung von Linda etwas sehr Schönes gesagt über sie. Und das betrifft auch ihre besondere Gabe zu fotografieren. Linda hat es geschafft, dass du glücklich warst, du selbst zu sein. Wir möchten euch heute auch glücklich machen. Ihr dürft heute glücklich sein, ihr selbst zu sein. Ihr seht schön aus, ihr seht gut aus, ihr habt toll gesungen, ihr habt wunderbar zugehört. Und das nächste Lied ist noch einmal von Simon M. Garfunkel. Und es ist auf dem letzten gemeinsamen Studioalbum zu finden. Es ist ein Klagelied eines einsamen, erfolglosen Menschen in der Großstadt. Wir hingegen sind heute erfolgreiche und glückliche Menschen in der Großstadt. Ich danke euch. Und kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt ein Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.